Hi Leute, ich begrüße euch zu einem Video außerhalb der Reihe und schulter dran seid ihr. 3000 Abonnenten hat der Kanal dieses Wochenende geknackt und dafür danke ich euch, ihr seid echt super. Ja, das war abzusehen und ich habe mich für euch im Vorfeld ins Zeug gelegt, habe bei den entsprechenden Firmen, die mich momentan unterstützen, angefragt. Und ja, ich blende euch das mal eben ein hier. Das ist alles für euch. Was haben die Firmen alles rausgehauen? So, das ist schon mal mega, mega geil. Die Firma ATI, die Firma Aquabie, die Firma Tunze und die Firma Aquamedic haben dementsprechend ein Kontingent an Giveaways hier rausgehauen. Insgesamt habe ich hier jetzt 10 Sachen liegen plus Kleinigkeiten, die zu jedem Giveaway dazukommen. Und ja, es soll ablaufen wie folgt. So, jetzt sieht es im Endeffekt so aus, dass ich keine Lust habe, zig Videos daraus zu machen, sondern alles innerhalb von einem einzigen Video rauszuhauen. Ja, ich lasse im Hintergrund nochmal kurz mitlaufen, was das alles ist, damit ihr das schon mal seht. Und es hat sich wirklich, jede Firma hat etwas geschickt und ich denke, da kann man echt mit zufrieden sein. Kommen wir zu den einzelnen Sachen. Fangen wir mit dem Wassertest von ATI an. Die haben wir zweimal. Zu jedem Produkt gibt es Kleinigkeiten dazu. Hier ein Schlüsselanhänger oder hier ein Schlüsselanhänger von der Firma Aquamedic. Das andere war gerade von Aquabie. Oder ein Stift oder andere Kleinigkeiten. Ihr habt es auf dem Bild gesehen. Das kommt definitiv noch dazu. So, fangen wir aber jetzt erstmal mit dem an, was ihr eintragen müsst, damit ihr a an dieser Verlosung hier teilnehmen könnt und b natürlich was gewinnen könnt. Für den ATI Wassertest ICPOS schreibt ihr einfach nur Hashtag ATI. Das wäre das Erste. Die haben wir zweimal. Das Nächste, was wir haben, ist ein Aquabie UP2000-1. Schrägstrich 1 bedeutet, die kann ein bisschen höher fördern. Hat eine etwas höhere Leistungsaufnahme. Da gebt ihr bitte den Hashtag Aquabie ein. Für die UP2000. Dann haben wir einen Care-Magnet Long der Firma Tunze. Und dafür gibt ihr Care-Magnet ein. So wie es umsteht. Also Hashtag Care-Magnet. Und wir haben noch einen Magneten. Das ist allerdings der Nano. Der kommt jetzt als nächstes. Hier ist er. Dafür gebt ihr Hashtag Nano ein. Und das nächste Stück der Firma Tunze ist eine Nano-Stream 6045. Eine 230 Volt Pumpe. Und dafür gebt ihr dann Hashtag 6045 ein. So, das nächste, was wir haben, ist einmal das Versorgungssystem Tri-Komplex Kompakt. Zweimal zwei Liter von der Firma Aquamedic. Da gibt ihr ein Hashtag Tri-Komplex. Alles zusammengeschrieben. So wie es oben steht. Ganz wichtig. Und das nächste, was wir zweimal haben. Das ist einmal den Top View 200. Da gebt ihr ein Hashtag Top View. Und last but not least haben wir noch den Multi-Reaktor. Und da gebt ihr dann oben bitte ein Hashtag Multi-Reaktor. Ja, das ist eine ganze Menge, was hier die Firmen gespendet haben. Und was ich vorhabe, in einem einzigen Rutsch rauszuhauen. Es wird im Endeffekt so sein, dass wir in umgekehrter Reihenfolge der Produkte, so wie ich sie hier vorgestellt habe, die Sachen ziehen. Ich werde über den Comment Picker einfach nur den geforderten Hashtag eingeben. Und dann dementsprechend, entweder ihr habt diesen Hashtag drin. Oder, ja, wenn ihr den nicht drin habt, dann kriegt ihr halt nichts. Oder werdet ihr es gar nicht gezogen. Weil der Comment Picker geht hin und zieht sich nur die entsprechenden Kommentare raus, die dann dementsprechend dazu passen. Deshalb ist es auch wichtig, dass ihr a. jedes Mal ein Freizeichen zwischen den Hashtags lasst. Alles andere, es muss komplett zusammengeschrieben sein. Also wie gesagt, es muss so geschrieben sein, wie ich es euch eingeblendet habe. Und dann hauen wir die Sachen der Reihe nach raus. Und ihr meldet euch dann anschließend über die schon bekannte E-Mail-Adresse von mir, hier vom YouTube-Kanal. Und darüber machen wir dann alles Weitere. Ja Leute, das sind die Vorgaben für die entsprechende Verlosung, die dann in anderthalb Wochen stattfinden wird. Und daran solltet ihr euch halten. Ich habe unten auch nochmal einen kleinen Text mit in der entsprechenden Infobox drin, wo das nochmal entsprechend aufgeschrieben ist, wie der Ablauf ist. Und was dann dementsprechend noch dazugehört mit allem Drum und Dran. Die entsprechenden Leute nehmen dann anschließend, wie gesagt, über meine E-Mail-Adresse mit mir Kontakt auf. Die Kontaktdaten werden ausgetauscht und ich schicke euch das dann dementsprechend raus. Das geht auf meine Kappe. Und ja, ich würde mal sagen, nochmal vielen lieben Dank dafür, dass ihr mir hier die Treue haltet, dass ihr das gut findet, was ich hier mache. Und erzählt es ruhig weiter. Ja, ich würde dann mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video zum Thema was auch immer oder beim nächsten Live, bei der Live-Ausziehung hier zum Giveaway. In diesem Sinne, bleibt mir treu. Herzlichen Dank an euch da draußen, dass ihr das so gut findet. Und bis dann. Ciao. Euer Weiber. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020